Die Wahrheit wissen zu wollen, das ist eine Sache. Die Wahrheit tatsächlich kennenzulernen, das ist eine ganz andere. Namaste Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ein paar Tage ist schon her, deswegen heute nochmal ein ganz kurzes Video. Im Hintergrund läuft einfach viel zu viel. Und ja, die Wahrheit wissen zu wollen, hat als Ursache die gleiche Anziehung. Die auch die Motte ins Licht zieht. Die Wahrheit kennenlernen zu dürfen, bedeutet aber, so eine Art tückischen Weg zu beschreiten, auf dem auch wirklich so eine Art Vernichtung bevorsteht. Den Weg zur Wahrheit beschreiten, bedeutet für uns die Auflösung unserer Geschichten, unserer Anhaftung, unserer Wünsche. Und ja, diese Dinge, so rein und schuldfrei sie in unserer Intention auch sein mögen, ja, sie halten uns von unserem persönlichen Selbstverständnis teilweise ein bisschen ab, halten uns da drin verknotet und halten uns abgeschnitten von der Wahrheit, vom großen Ganzen. Freiheit und Freude jenseits von dieser irdischen Freiheit und Freude sind nachher die Früchte dieser Wahrheitsverwirklichung. Und das ist es auch, was uns intuitiv anzieht. Dafür muss jedoch auch so eine Art Preis bezahlt werden. Es ist wirklich keine leichte Arbeit, unser Selbstverständnis aufzugeben und sich in reiner Freiheit und Freude auflösen zu lassen. So etwas braucht Zeit. Ja, es erfordert Mut und große Fähigkeit, unangenehme Gefühle und ja, Umstände einfach zu ertragen. Vor allem ist es notwendig, sich immer wieder neu zu verpflichten, den nächsten Schritt zu tun und den nächsten Schritt und den darauf folgenden. Ja, was gibt es sonst noch zu tun? Jedes Ziel außer der Wahrheitsverwirklichung wird im Vergleich klein erscheinen. Die Arbeit, zu der wir hier sind, ständiges Hinterfragen und Selbsterforschung. Das sind die Leitlinien und ja, auch dieses Gefühl von, ich werde nicht stoppen und ich werde nicht ruhen, bis das Ziel aller Ziele erreicht ist. Ja, in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Habt euch lieb. Haltet die Ohren steif. Ciao, ciao. Hey ihr Lieben, noch ein kleiner Nachtrag. Und zwar, das Video wurde heute extrem kurz. Es ist gerade so viel wirklich im Hintergrund mit diesem Verein am Laufen. Da sind viele Personen, viele Menschen, die motiviert daran arbeiten, um wirklich was Großes zu erschaffen. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn auch du Mitglied dieser großen Bewegung wirst, dem Wandern in die Stille Verein, der es uns nachher ermöglichen soll, Erholung und Gemeinschaftsleben zu verknüpfen, Meditation als Ankerpunkt dieser ganzen Geschichte nutzt und uns hoffentlich wieder zu einem freien Dasein führt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schaut mal auf www.wandernindiestille.com. Da findet ihr alle News, alles, was ihr wissen müsst. Und wir würden uns, wie gesagt, wahnsinnig freuen, wenn auch du Mitglied in unserem Verein wirst. Bis dahin, haltet die Ohren steif, habt euch lieb und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Schaut mal auf! Untertitelung des ZDF, 2020